Wie Merkel im Bund SPD-Ministerpräsident Stephan Weil möchte die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Reicht es dafür nicht, womit die meisten rechnen, will er auch der FDP ein Angebot machen. Die lehnt jedoch eine Ampelkoalition ab. Umgekehrt sind führende Grüne gegen eine Jamaika-Koalition. Falls die CDU mit ihren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann gewinnt, es aber für Schwarz-Gelb nicht reicht. Eine große Koalition wiederum möchte die SPD nicht, schon gar nicht als Juniorpartner. Die Wahlbeteiligung zur LTW in DS 2017 ist auf einem hohen Niveau. T.Kornbeef11TVKey T.Kox4Li Die Favoriten ritt Wietanfurt nur sprünglich sollten die Niedersachsen erst im Januar wählen. Doch dann wechselte Elke Twesten von den Grünen zur CDU angeblich, weil ihr Kreisverband sie nicht wieder aufgestellt hatte und ließ die knappe Mehrheit von Rot-Grün implodieren. Die Folgen war diese vorgezogene Neuwahl. Und damit steht auch die erste Verliererin der Niedersachsen-Wahl schon fest, bevor die Wahllokale um 18 Uhr schließen, Elke Twesten. Die frühere Grünen und jetzt noch CDU-Abgeordnete steht also bei ihrer alten Partei auf keiner Kandidatenliste. Aber auch für ihre neue Partei konnte sie nicht kandidieren, da die CDU ihre Bewerber schon nominiert hatte. Eins immerhin hat Twesten erreicht, sie ist jetzt bundesweit bekannt. Eher unrühmlich. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet, die Wahlberechtigten in dem zweitgrößten deutschen Bundesland wählen einen neuen Landtag. Hiermit starten wir unser Live-Blog und informieren Sie darin über alle wichtigen Entwicklungen rund um die letzte Landtagswahl in diesem Jahr. Unter anderem mit Eindrücken und Einschätzungen unseres Kollegen Ludwig Greven, der als Reporter in der Landeshauptstadt Hannover unterwegs ist, mehr Beiträge laden Startseite. Unter anderem mit Eindrücken